Willkommen zurück beim Montekaner Halbfinale. Wie gesagt, umsetzen kann, ich hoffe gegen Eugena Stokanera. Nee, gegen Svetlana Kützler. Aber das ist eine leichte Aufgabe für eine Halbfinale. Meine Damen und Herren, ich bin auf der Hauptbahnhof, hier in Montekaner Halbfinale. Ich bin auf der Hauptbahnhof, hier in Montekaner Halbfinale. Also, ich bin auf der Hauptbahnhof, hier in Montekaner Halbfinale. Untertitelung des ZDF, 2020 Garocken. Garocken. Ja, ganz schön, ganz schön, bokeh. Ja, ganz schön. Das war's für heute. 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 Zero Trauer. Zero Trauer. Zero Trauer. Zero Trauer. Zero Trauer. Vielen Dank für's Zuschauen! S'il vous plaît, merci! Vielen Dank! Bravo! 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 Sie ruht her. 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 Ja, im letzten Teil auf gute Sassionale hat er vorher selbst ein Fortschramp für den Diener der Sassionale aus Braschen.